grüßt euch freunde herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute schauen wir uns mal gemeinsam die sternflocken raketen aus dem hause funke fireworks an und eines vorweg ich bin total verliebt in dieses design von dieser schachtel bzw dieser umverpackung das ist so richtig schön märchenhaft teilweise und entspricht irgendwie so den vorstellungen aus meinen kindheitstagen weil früher waren ja die designs doch etwas kindlicher und silvesterhafter wie ich immer sage ich weiß sonst nicht wie ich das sonst erkennen soll aber ich denke viele von euch wissen was ich meine ja ein paar specks zu den raketen wir haben es hier mit vollem raketen zu tun also 20 gramm pro rakete sind enthalten und wir haben zehn stück drin und die sind alle fünffach sortiert haben wir einmal sternflocken rakete rot gelb blau grün und violett ganz ganz besondere raketen die jetzt zwar nicht den fettesten zerlegen haben und das größte bouquet aber es geht ja letztendlich um die im zentrum enthaltenen farbigen sternflocken und das habe ja auch der name wie das aussieht das zeige ich euch jetzt viel spaß mit den sternflocken raketen dann haben wir auch verschiedenste sortierung drehen wir die rote müssen haben wir einmal rot gelb blau grün und lila rot gelb blau lila und grün ja schuldigung violett ja also noch mal rot gelb blau grün und violett wie lange die stehen die flocken herrlich die sind ja total geil jetzt kommen die grünen ran mega nice mega nice die standzeit jetzt kommt die variante blau die fliegen aber auch hoch ne oh nice da sind sie das ist halt aber so ein wie soll man sagen so ein seeblau ne oder soja also eher das günstige blau so ja hier jetzt haben wir die gelbe variante das typischen gelben sterne aber eine standzeit leck mal fett so jetzt die roten sind dann die letzten schöne blinker herrlich wahnsinn geil aber wie gesagt leute das design ist der hammer bewahre ich auf jeden fall auf